Nächster Halt Universität Inhaltestelle Nächster Halt Schumpeterstraße Pfarrzentrum Heiliger Geist Nächster Halt Dornach Evangelische Versöhnungskirche Biologiezentrum Nächster Halt Glaserstraße Nächster Halt St. Magdalena Familienoase Biesenfeld Umsteigen zur Linie 101 Nächster Halt Ferdinand-Markel-Straße Nächster Halt Gründberg Pfarre St. Markus Umsteigen zur Linie 38 Nächster Halt Harbach-Siedlung Nächster Halt Harbach Umsteigen zur Linie 102 Nächster Halt Antlstraße Nächster Halt Linke Brückenstraße Umsteigen zu den Linien 12, 25 und 33 Nächster Halt Heuerbach-Straße Nächster Halt Wildberg-Straße Druckner Universität Nächster Halt Rudolf-Straße Neues Rathaus Bürgerservice-Center Ars Elektroniker-Center Umsteigen zu den Linien 3, 38 und 102 Nächster Halt Hauptplatz Kunstuniversität Lentos Kunstmuseum Brucknerhaus Schlossmuseum Stifterhaus Touristinfo im Alten Rathaus Umsteigen zu den Linien 26 und 192 Nächster Halt Taubenmarkt Landhaus Landestheater Nordico Katholisch-Theologische Universität Umsteigen zu den Linien 26 und 27 Nächster Halt Mozart Kreuzung Mariendom Martin Lutherkirche Ursulinenhof OK Offenes Kulturhaus WKO Wirtschaftskammer Umsteigen zu den Linien 45 und 46 Nächster Halt Bürgerstraße Landesbibliothek Kinderkulturzentrum Kudelmudl Theater des Kindes Nächster Halt Goethe-Kreuzung Musiktheater Linz AG Linien Ticketbüro Arbeiterkammer Umsteigen zu den Linien 12, 17 und 19 Sehr geehrte Fahrgäste, wir bitten Sie, Ihren Sitzplatz anderen Personen zu überlassen, wenn diese ihn nötiger brauchen Vielen Dank Nächster Halt Hauptbahnhof Landesdienstleistungszentrum Wissensturm Terminal Tower Umsteigen zu den Linien 3, 12, 17, 19, 27, 45 und 46 Nächster Halt Unionkreuzung Berufsförderungsinstitut Theater Phönix Umsteigen zu den Linien 41 und 43 Nächster Halt Herz Jesu Kirche Blinden- und Sehbehindertenverband Nächster Halt Bulgariplatz Arbeitsmarktservice Nächster Halt Wifi Linz AG Kundenzentrum Nächster Halt Vöst Alpine Umsteigen zu den Linien 25 und 103 Nächster Halt Neue Welt Nächster Halt Scharlinz Nächster Halt Waringer Straße Nächster Halt Wimmer Straße Nächster Halt Remise Kleinmünchen Nächster Halt Simonistrasse Umsteigen zu den Linien 2, 11 und 19 Diese Bahn fährt nach Auwiesen Nächster Halt Dürer Straße Nächster Halt Dauvinstraße Nächster Halt Redlerweg Nächster Halt Auwiesen Umsteigen zur Linie 12 Inhalte Stille